Hallo Leute, ich wollte euch heute meinen Bohrkonstrickter Imperator vorstellen. Auf deutsch gesagt Rotschonsbohr oder Kaserbohr. Heißt Flame, 1.0, 6 Monate alt, jetzt ca. 1,5m lang, sehr schöne Stil, aktives Haugzehen, das Raum ist jetzt 1m x 40m x 40m groß, reicht jetzt einmal, für 1 Jahr wird es reichen, frisst jetzt hüpfen, ich fütter immer abwechselnd, mal tot mal lebendig, Temperatur beträgt im Terrarium, 27-30 Grad, die Luftfeuchtigkeit ca. 60-70%, ein einfacher Stil zu halten, nicht so anspruchsvoll, das war jetzt meine Bohrkonstrickter Imperator Flame, ich hoffe euch hat das Video gefallen, und ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020